Stehen bleiben oder du wirst gecancelt. Period. Warum hast du sie umgebracht? Ja, es ist wahr, ich bin der Mörder. Aber bevor ihr mich festnehmt, werde ich euch meine tragische Backstory erzählen, damit der Zuschauer Mitgefühl entwickelt. Meine Eltern haben mich nie geliebt. Ja, jetzt hör mal auf, hier so super extra zu sein, bitte. Warum hast du sie umgebracht? Wegen Harry Styles Karten. Sie hatte welche und dann hab ich sie halt umgebracht. Oh mein Gott, ich fühl's voll. Fairy Styles Karten würde ich literally auch jemanden umbringen. Slay.